Hallöchen liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Let's Play Mount & Blade Wormand! Endlich! Ja! Ich weiß, ihr habt schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und jetzt spielen wir es auch für euch. Aber echt. Ja, mit dem Halloween. Nicht erwähnlichen Headset. Ja! Ich bin stolz, 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 stolz. Okay, ja. Fasching ist vorbei, oder? Da ist nur ich Fasching. Ja, das ist Faschingsferien, aber... Keine Ahnung. Ja, aber Fasching ist ja nicht mehr, aber die laufen immer noch so ein bisschen rum, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Also, Halloween habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Äh, und jetzt... Aber sicher. Endlich kommen wir zu Warband. Ja, ich freue mich drauf. Ähm... Und hoffe, dass noch alles klappt. Und wir machen für euch den Multiplayer. Äh... Den bearbeite ich doch mal schnell, weil der sieht scheiße aus. Also, ich will als glatzköpfige Frau. Ja. Okay. Das ist mein alter Charakter, was dagegen... Ich schicke gerade einen schicken Bart aus wie ein Wikinger. Okay, dafür brauche ich aber dann auch die entsprechenden Haare. Ja, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Sag mal, bist du denn? Und was ist das? Äh, ich habe mir gerade meine glatzköpfige Frau verschönert. Ach so, stimmt. Dann gehen wir... Dann machen wir mal... Für den Anfang Team Deathmatch. Und zwar... Äh... Erlärt gerade noch nicht zu viel. Ja, wie wäre es mit Hafenangriff? Ja, wie wäre es mit Hafenangriff? Nee, bei mir hat es auch erst 400. Hafenangriff? Ach, der Gothic... Nee, die Gothic Tower Defense. Wieso? Kein Gothic Tower Defense. Das ist Tower Defense gegen Bots. Ja, das muss ich mal machen. Das habe ich noch nie gemacht. Da gibt es gerade gar keine gestalten. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Das muss ich mal machen. Tower Defense. Ja, was ist überhaupt nie los? Ich weiß, aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Ja, das ist aber scheiße. Ich muss es trotzdem mal ausprobieren. Da hat man einen Typ und der hat einen Stein ja am Anfang. Lol. Und da muss ich immer hässliche Bots killen, die den König töten wollen. Ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört. Das ist ein neuer Modus. Aber irgendwie... Ja, geht doch. Von Gothic. Ja, die tun halt die Maps anders machen. Lol, ich habe nur Gold. Das ist Arsch. Ja, ich gehe Swadien. Haha. Ja, ich habe Steine. Du hast recht. Steine. Alter, so sieht unser Tipp aus. Ja, ich habe schon Wurfpfeile. Ich habe Wurfpfeile. Oh ja, Sieger hat Kriegsbogen. Chill mal. Wo bist du? Achso, da bist du. Wo bist du denn? Wie heißt du denn? Ich bin glatzköpfige Frau. Ja, wie heißt du? Du siehst. Glatzköpfige Frau. Du bist Sieger, 18. Sieger. Nee, ich bin glatzköpfige Frau. Achso. Wo bist du? Glatzköpfige Frau. Wo bist du? Ich bin hier auf so der Bauer. Da ist sie mal. Kann ich hier? Ah, lol. 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 Okay. Jetzt. Wo bist du? Ich bin irgendwo hier. Glatzköpfige Frau. Ja, da bist du. Ich bin hinter dir. Ich bin glatzköpfige Frau. Ja, ich bin hinter dir. Au. Ich bin glatzköpfige Frau. Hinter dir. Hallo. Hier. Ach, da. Das ist Halloween. Die kenne ich auch glatzköpfige Frau. Verarsch mich. Was dagegen? Ich suche es zu dir aus. Warum soll ich dich verarschen? Geißte. Okay. Sagt der geilste Name und ich bin sexy. Na ja. Muss dir zugeben. Autsch, der war neißer Gold. Ja, da verstehe ich was anderes. Lol, diese Steine sind scheiße. Ja, ich habe ja gekillt. Nee, doch nicht. Hä? Da habe ich gefext worden nicht. Das sind noch ein paar. Da ist ein Cheater. Scheiße. Kopfbekant. Nee. Warum? Weil der eine mit so einer Cheater Rüstung ist. Der ist aber zuerst tot. Nee, das ist der. Der hat 7000 Kilo. Ach so, der da vorne, der tot, der meint. Ja, mit der Admin Rüstung. Ja. Hartmoni, kannst du wieder im Haus bei so einer Truhe auffüllen? Ich finde es einfach so geil programmiert, was der gemacht hat. Ach so, ja, das war es so. Da kannst du durch die Türen jetzt woanders hin. Ja, ja. Aber die bringen jetzt nicht so viel. Wo sind die hässlichen Bots? Da. Ja, der kann schön in die Menge werfen. Spawn wieder. Naja, mit so scheiß Steinen. Da kannst du keinen Kirchen, wenn die alle so am Brusten sowas haben. Ja, siehst du. Hey, wo sind die Bots? Da. Oh, nee, jetzt bauen die woanders. Ich komme wieder zu euch. Nein. Boah, der Spielmodus ist doch ein bisschen komisch. Weiß ich, will mich da rausglitschen. Tja, du willst dich nur einschleimen bei den. Ich finde es übertrieben. Man braucht 7000 Kills, um den Kriegsbogen zu bekommen. 7000? Ja. Okay, der ist scheiße, der Modus. Äh, ich gehe, machen wir mal Team Deathmatch und ganz normal als Team Deathmatch. Mh. Okay, mit wenig Halt. Ah, den habe ich dir vorhin schon vorgeschlagen. Hä, ich dachte, Nordstadt. Okay. Ja, der ist, ja, jetzt ist er halt auf Arena. Also, ihr seht schon, hier ist die. ZAGTDM ist einer drauf. Ja. Also, hier ist die Ausrüstung. So wird es vielleicht da drauf, da kommt schnell, Leute. Ähm, und ich habe kein Geld mehr. So, kann ich mit der Helmleisten? Nein. Braucht man nicht. Doch. Nö. Warte, ich mache Zufallsrüstung. Scheiße, hier gibt es keine. Ach, du, wir sind... Nein. Ich laufe ohne Rüstung und ohne Waffen rum. Ich dachte, hier wäre dann auf ZAGTDM. Warte, hier ist eine Wurfax. Nein, Scheiße, ich kann ihn nicht aufheben. Lass die da mehr vorbeigehen. Das ist wirklich alles wert. Verarsch mich halt. Oh, ich habe ihn gekillt. Lol. Alter, verzeihe, ich bin ein bisschen schlechter im Spiel, weil ich habe es lange nicht mehr gespielt. Äh, und da schießt immer noch. Und ich spiele es dann im Antrimpc. Komm her. Alter, hör mal auf zu Archer, der Idiot da mit den grauen Haaren. Nein, der gehört mir. Meiner. Meiner. Der Weihnachtsmann würde ihn nicht belohnen. Da seht ihr, glatzköpfige Frau hat Vollskill. Ey, irgendwie... Es kommt schon irgendwie ein bisschen... Wie kann ich mal gegen nackte Menschen mit einer Einhand-Akt? Nein. Voll weggesniped. Aber irgendwie mag es am meisten Funzo zu spielen, sich erst mal die Waffen aufzuheben. Scheiße. Oh Mann, ich muss mir nochmal meine coole Einhand-Akt draufheben gehen. Also ihr seht schon, das Spiel hat ziemliche Ehnlichkeit mit Fire and Source. Äh, und allem anderen, was wir von Maunzebillet gezeigt haben. Äh. Tja, den hast du. Auf geht's. Töte ihn. Schieß doch. Gib ihm seine rechte Strafe. Alter, da ist jetzt noch ein Kampf. Also wenn ich den jetzt verliere. Ich mach dich fertig. So ein, was hat er denn in den Zweihand-Akt stunden? Ich bin auch so Übung. Scheiße. Es gab mal eine Zeit, da war ich richtig, richtig gut. Aber die ist leider vorbei. Ja, ja, ja. Ja, ja, das war wirklich so. Früher da bei KG und sowas. Billige Ausreden. Irgendwie nackt spielen hat am meisten Skill. Skill. Ich mein Zweck. Come on. Ja, Skill braucht man da halt, aber ich... Noll! Du verdammter! Nein! Alter! Der kann's sogar werfen. Stirb, du Kartoffel. Haha. Stirb... Alter! Alter, was denn? Ich nehm auch mal Archer. Ich bin mal, glaub ich, Nord. Mit Bogenschütze. Ey! Alter, du Verräter. Verräter? Ja, ja. Ich seh mich auch mal an Helm. Ich vergaß, man kann ja hier zielen. Ich vergaß, man kann ja hier zielen. Aber ich hab's noch mal verladen. Gandalf. Gandalf. Ja, ja. Ja, ich hab mich mit ihm gleichzeitig gekillt. Wenn der auf Aachen heißt, müsste es fast schon Deutscher sein, oder? Hä, fail. Der ist im Klaren Aachen irgendwie, aber ist kein Deutscher. Okay. Oh ja, gleich kommt's für ein Skiller hier. Hey, ich will auch mal einen Kill haben. Aber ich hab schon angekillt. Ne, krieg ich keinen. Hast du wahrscheinlich gekillt, wann das? Ahnung. Hä, fail. Ja, Volltreffer. Ja, nein. Das war Gandalf. Auch. Ach, man kann's hier ja nicht ducken. Hab ich dich get... Ja, okay. Alter, Gandalf ist ein Archer-Skill-Kunstern. Oh, das war ein Headshot vom Herr Luin. Besser gesagt, von der klatzköpfigen Frau. Ja, okay. Was dagegen geht mein sexy Name? Sexy Name, ja, ja. Wer's glaubt, wird selig. Ja, doch's weg. Ach, ja, ich hab'n gekillt. Äh, dann wird ja jeder selig. Komm her. Nein! Nein! Kacke! Kacke! Ja, also, ihr seht schon, ist es mit dem Bogen ziemlich schwer zu treffen, beider Verhältnisse mäßig. Wenn man nicht Bomber heißt. Oder Niklas. Hast du dich getroffen? Oh, nee, nicht Simpsons Krieger, das war ein kleiner... Wie? Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man so viel Ausdrückes sagen darf in YouTube. Da gibt's zwar manche Kandidaten, die machen sowas, aber... Alter, der labert immer nur scheiße. Echt? Ist einfach ein kleines Kind. Na, der ist neun oder so. Na, der ist zwölf oder dreizehn. Was? Nein! Der ist zehn. Nein, neun oder zehn, irgendwie sowas. Der ist damals aber, glaubt, neun. Ich kann hier ja anschreiben, wenn er online ist. Wie alt bist du? Mann, irgendwie kann man ja auch alles so ziemlich leicht killen. Äh, sagst du! Ja, bis auf... Gandalf kann man eigentlich alle killen. Leicht. Leicht. Gandalf, ein Ausdruck, den ich nicht kenne. Wurde nur einmal von jemand anderem gekillt. Hä? Oh, scheiße, das war ein Fail. Ich hab Gandalf nicht getroffen, so richtig. Ja, ich hab ihn gekillt. Ja, ich hab ihn gekillt. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Absitzen und mein Bobo ausrollen. Aber ich freu mich, wenn ich wieder an meinem Gaming-Laptop sitze. Und zwar peinlich. Dich dir immer noch Archer. Hä? Ich dachte, du hast ein hässlicher Kraft, der darum reitet. Und ich treff den. Ich treff den haupt nicht. Ah, ich seh dich. Was? Ja, das wäre ich mal Huskal. Mit einer schicken Axt und einem schicken Schild. Und einer schicken Ausrüstung, die ich mir nicht leisten kann. Scheiße. Heute ist irgendwie der Tag für mich, dass ich ohne Richtung spiele. Ach, Kacke. Ich hasse Langschwert. Von einer Frau geduldet. Von der Nackten. Na, mir ist es noch besser als von einer Nicht-Nackten. Ouch, das war ein Fail. Ab wenigstens fischst du jetzt ein Carl. Geiler KD. 2 zu 8. Da ist ja mein 15 zu 8 schon schöner. 15 zu. Ich würde bis jetzt nur von... Hallo, es sei halt. Ey, verarsch mich halt. Oh, ich liebe es. Ich würde, glaube ich, lieber Kurzschwert, weil ich damit besser bin. Dann nehme ich kein Schild. Na doch, gegen den Idiot, da muss ich einfach. Ey, wer schießt da auf dich? Egal. Ah, was?